willkommen zu einem neuen video dann öffne ich mal gratis drum wenn das spiel nicht leckt das ist gut das blaue dann kriegt man hier nicht oft was ich bin ich glaube ich heute lacht ich weiß nicht wie viel mir das gibt und 20 das habe ich lange nicht mehr bekommen ein neues level ist dort ewigkeiten jetzt wo ich wieder tausend punkte drei manche lang dort acht das geht gar nicht dann krieg ich mal wieder 2 euro geldmangel ist sie nicht aber ich habe glaube ich bis jetzt am meisten was gebracht wir könnten es vielleicht dieses mal schaffen mit dem ich sollte auch mal privat hier spielen da würde ich glaube ich in arena 1 landen ja gut es ist level 5 mehr pokal als ich gesagt fast 100 macht er nicht damit leben aber ich glaube wenig stärker sind als der aber ich weiß was ich machen soll das ist ein bisschen spät wollte das nirgendwas jetzt Level 3 gegen Level 2. Der wird gewinnen. Nein, danke. Ich bin nicht gierig. Okay, jetzt hat er nicht mehr so zu leben. Level 3 gegen Level 2. Natürlich wird sein Level... Ah, sein hat so flippen. Das ist schon. Hilfe ist, glaube ich wird vergewaltigt. Alles klar? Ach, die machen doch schon. Ah, 100 schon. Ich verteidige jetzt. Ich lasse trotzdem erstmal mein Auto wieder fahren. Boom. Guck mal, da noch unten. Das hatten wir dieses Mal nicht geschafft. Genau. Oh nein, das Ende war das Auto. Oh nein. Das wird jetzt etwas Schaden machen. Das ist ganz so viel. Irgendwie dauert das in mir. Hast du nicht geschafft? Ach, ich hab zwei Tonen. Ah, wenn ich jetzt gegen den letzten Mal verloren habe, der hätte ich mich auch als aufgelockt. ich hoffe ich hätte das video gefallen